in diesem video aus dem bereich erstes lernen ja französisch geht es um eine besonderheit der französischen aussprache und zwar um das sogenannte stumme h das hat man normalerweise wirklich schon in den allerersten französisch stunden mit dabei beziehungsweise es sind eben wörter mit dabei die dieses stumme h haben und deswegen werden wir hier einmal ganz kurz auf dieses phänomen sehen es gibt dazu noch vieles mehr zu sagen aber ich denke nicht im ersten anjahr französisch dazu habt ihr dann noch ein bisschen mehr zeit aber das was jetzt kommt das solltet ihr auf jeden fall wissen also es geht um das sogenannte stumme h im französischen heißt es ach mühe ach mühe stummes h sehen wir uns das mal an also ich habe hier eine ganz einfache frage und die frage lautet wu sabi c u wo wohnt ihr wo wohnen sie wu sabi c u ihr hört schon wu sabi c u ich nehme mein s hier mit da wird ein stimmhaftes s draus in der aussprache hier als z geschrieben und binde es in das verb hinein wu sabi c u und das kann ich tun weil das verb abc mit einem nicht ausgesprochenen h beginnt würde das h ausgesprochen werden dann wäre es ja habi c aber das ist es eben nicht es ist ein nicht ausgesprochenes h abc damit beginnt mein verb mit a mit einem vokal und damit tritt die liaison in kraft und dazu haben wir ja auch schon ein video gemacht die liaison bedeutet der endkonsonant des vorangegangenen wortes wird ausgesprochen und in das nächste wort hinein gebunden und deswegen eben wu sabi c u ein nicht ausgesprochenes h das ist das sogenannte stumme h das ist das sogenannte asch mühe also bitte nicht wu abc u also nicht drei getrennt voneinander gesprochene wörter ich übertreibe ein bisschen sondern die ersten beiden fließen eigentlich zusammen in ein wort hinein wu sabi c und ich denke das ist eine der schwierigkeiten der französischen sprache dass so bestimmte bestimmte buchstaben werden einmal werden sie ausgesprochen dann kommt der nächste satz steht genau das gleiche wort da vu travailler vu travailler ja jetzt ist das es eben nicht ausgesprochen und das ist genau das was das französische in der aussprache so schwierig macht da haben es die lateiner wahrscheinlich in diesem fall mal viel einfacher naja ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass es so vorgelesen wird wie es eben da steht aber im französischen ist es ganz anders und das macht das französische meiner ansicht nach auch besonders attraktiv und melodisch also sie eben hier sagen kann wo sabi t u also wo wohnen sie nicht ausgesprochenes h sehen wir uns doch mal zuerst die rechte seite an da steht ein stylo ein stylo ein stift ein stylo zwei sprachlich beziehungsweise aussprachlich klar voneinander getrennte wörter ein stylo und auf der linken seite habe ich mein stummes h in dem wort opital das heißt übrigens krankenhaus vielleicht sagt euch im englischen hospital vielleicht auch was opital opital ja und jetzt heißt es eben nicht a opital sondern ich spreche das n aus und lasse es hineinfließen und damit wird daraus ein opital ein einzelnes wort in der aussprache eine wortgruppe sozusagen ein opital aber ein stylo ein opital ein stylo noch ein beispiel erst die rechte seite les femmes les femmes die frauen les femmes und auf der linken seite ihr wisst schon worauf ich hinaus will om om heißt man mensch und das hat ein stummes h die aussprache ist tatsächlich om und deswegen nehme ich mein es von dem le jetzt mit mache es eben wieder stimmhaft und jetzt heißt es plötzlich les hommes les hommes aber les femmes les hommes aber les femmes ein opital ein stylo stimmhaftes h wird nicht entschuldigung stummes h nicht stimmhaftes stummes h wird nicht ausgesprochen und deswegen beginnt mein wort hier mit einem vokal beide male mit o und damit tritt die liaison in kraft und das heißt ich hole mir den konsonanten den endkonsonanten des vorangegangenen wortes spreche ihn aus und nimm ihn mit und mach eine wortgruppe daraus ein opital lesen und hier noch ein beispiel la maison das haus la maison jetzt wisst ihr natürlich worauf ich hinaus will öhe heißt eine stunde öh und öh wird eben mit einem stummen h versehen und damit ist öh sozusagen das wort das in der aussprache gilt beginnt mit einem vokal und schon wird aus meinem la ein l apostroph also nicht la öh sondern lör Ein nicht ausgesprochenes Haar am Beginn eines französischen Wortes heißt stummes Haar und bedeutet in den meisten Fällen, dass dann durch die eintretende Liaison der Endkonsonant des vorangegangenen Wortes in der Aussprache mit ausgesprochen und hinübergezogen wird. Und schon hätten wir das Aschmühe, zumindest in Grundzügen. Das klingt jetzt so, als ob jedes französische Wort, das mit einem Haar beginnt, dieses stumme Haar hat. Und leider, leider ist das nicht so. Es gibt nämlich auch Haars, die durchaus so ganz kurz ausgesprochen werden und dann treten wieder andere Aussprachregeln in Kraft. Aber ich denke, im Anfangsunterricht Französisch müsst ihr das noch nicht wissen. Das ist etwas für später. Jetzt reicht es zu wissen, stummes Haar, nimm den Endkonsonanten mit und mache die Liaison à l'hôpital, les hommes, leurs. Aber un stylo, les femmes und la maison. Das war's für dieses Mal. Wir sagen merci, au revoir, à plus und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.